Und wir machen weiter bei Donkey Kong's Country 1, wobei das Video hier jetzt wahrscheinlich extremst kurz wird, denn ich könnte mir vorstellen, dass Fraps gleich sagt, ich weiß, ich sag das die ganze Zeit über, aber es müsste ja wirklich irgendwann bald jetzt mal der Moment kommen, wo Fraps sagt, hey, voll, ich bin so voll, ich kann nicht mehr laufen. Und dann sag ich zu Fraps, okay, dann machen wir halt wann anders weiter. Oh, hier gäbe es nochmal einen Rambi, aber das ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Ich würde ganz gerne einfach nur noch durchkommen, aber das schaffe ich nicht mehr. Das Vorhaben kann ich begraben, hier noch durchzukommen, ohne hier eine neue Aufnahme irgendwann an dem nächsten Tag beginnen zu müssen. Ich kriege das nicht mehr durch heute. Kann ich knicken. Kann ich so komplett knicken? Das weiß ich aber auch, das habe ich schon lange, lange, lange eingesehen. Ja. Das habe ich schon lange, lange eingesehen. Aber ich spiele einfach noch, soweit es geht, weil was man jetzt hat, muss man nachher nicht mehr machen. Die Einstellungen können die lieben Schüler übrigens auch für die Hausaufgaben übernehmen. Was man jetzt hat, muss man nachher nicht mehr machen. Allerdings macht es bei dem Spiel doch ein bisschen mehr Spaß als... Ja. Ich denke, das ist automatisch... ...selbsterklärend. Ja, geht halt alle weg. Ihr auch. Ihr auch. Ja, jetzt kommt die noch, genau. Und am Ende kommen noch, glaube ich, die ganz großen, dicken, fetten Viecher, die kein Mensch will. Schlangen erstmal wieder hier. Da kommt noch was. Nö, gar nicht wahr. Okay. Funkeys Flügel. Wir können normal speichern, ohne Safe-State setzen zu müssen. Das ist doch supi. Zack. 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 Und wir sind hier... Altostratus. Ich habe... Oh. Da ist doch was. Habe ich doch gesehen. Ja, genau. Naja, ist ja egal. Aber das ist kein schönes Level, das sehe ich schon von hier. Nein, das ist kein schönes Level und das Kader unten kann mich mal kreuzweise. Will ich nicht. Hüpft der eigentlich immer dann, wenn ich hüpfe oder wat? Tatsache. Der hüpft dann, wenn ich hüpfe. Naja. Leben. Aber ein Midwaypoint wäre mir lieber. Midwaypoint sage ich schon. Wir sind hier nicht bei Mario. Aber ich kriege trotzdem ein. Uh. Das war knapp. Will ich den Reifen mitnehmen? Nehmen wir ihn halt mal mit. Oh ja, den will ich mitnehmen. Leider. Und jetzt wäre mir ein Level-Ende ganz... Uh. Ganz recht. Ist echt so? Könnt ihr mir glauben. Ja. Jetzt könnte aber wirklich ein Level-Ende kommen. Hier ist auch schon das G gewesen. Da ist auch schon der Pfeil. Und da kommt dieser Arsch noch hier mit seinen Fässern. Jetzt vielleicht ein Level-Ende. Danke. Und wir haben den richtigen Candy-Safe-Point hier. Zack, 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 zack. Und sind im Flugchaos oder Aero-Chaos oder wie auch immer. Was ist das denn jetzt hier für ein Level gewesen? Äh. Au. Was hat mich denn jetzt getroffen? Bin gerade ein wenig... Oh ja, genau. Verwirrt gewesen. Wie komme ich denn da unten ran? Da komme ich doch nicht von hier. Hä? Da komme ich von hier doch in keinem Fall. Ach, was weiß ich. Ist mir doch egal. Ach, der hat sich von hinten an mich herangerollt vorhin. Genauso wie jetzt gerade eben. Scheiß Viech, ey. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Das ist... Kein angenehmes Level. Mm-mm. Aber es ist jetzt keins mehr Nacht. So sowieso nicht. Oh Gott. Aber wie komme ich da unten ran? Das wüsste ich jetzt gerade echt gerne. Aber hier ist nichts. Nichts, was irgendwie... Darauf hinweist, wie das gehen könnte. Naja, mein Gott. Man kann ja nicht alles wissen. So, jetzt kommt wieder die Scheiße hier. Und ich weiß genau, es macht jeden Moment, macht es klingen. Ich weiß, das sage ich schon seit zwei Videos oder so. Aber irgendwann habe ich recht. Irgendwann macht es dann wirklich... Oh, bin ich doof. Ja, das macht es auch. So, jetzt zum Beispiel macht es... Oh, bin ich doof. Ah, ja, wo Chaos. Immer noch. Ach, Mann. Ich stelle mich aber auch gerade wieder an wie der letzte Mensch. Das tue ich aber auch irgendwie die ganze Zeit in den letzten Welten regelrecht. Ich kann ja nicht nur sagen, in den letzten Leveln. Nein. Oh, Mann. Ich kann ja auch sagen, in den letzten Welten stelle ich mich an wie der letzte Mensch. Das ist ja nicht nur auf jetzt gerade eben mal so beschränkt. Oh, geh bloß weg. Geh weg. Ich sag's dir im Guten. Geh weg. Du auch. Oh, da unten ist was. Das werden wir doch gleich mal genauer untersuchen, was da unten ist. Ah. Und so funktioniert das hier dann auch. Haben wir das auch mal wieder gelöst, das Rätsel? Oh. Fail. Wo kommen wir raus? Ja. Viel gespart haben wir dadurch natürlich nicht. Scheiße. Das wäre Klöcke gewesen. Ich hätte hier Donkey Kong gehabt, aber es ging ja nochmal gut. Zum Glück. Keh. So war das jetzt gerade eben. Ich möchte gerne da die Bonus haben. Den ich da von Weitem gesehen hatte. War das hier? Nein. Das war erst hier nach. Genau. Hier war's. Hier war's. Hier unten. Oh fuck, das ist bloß so ein Frosch. Also nicht, dass es bloß ein Frosch wäre, aber den finde ich ja jetzt gar nicht mal so supi. Dass ich den unbedingt haben möchte. Aber das Leben hier am Anfang hätte ich gern. Ach, geh doch weg. Tschüss. Das ist doch... Mann! Was bin ich denn so blöd, Fortna? O-N-G-Banane-Kar. K-O-O-N-N-G. Geh doch. Aha. So, jetzt. Zack. Wir haben hier noch nicht mal den Save-Point in der Mitte erreicht. Das ist echt schlecht. Und so wird das auch nichts mehr. M-M-M. Nein. Banane-Kar. K-O-O-N-N-G. Okay. Okay. Ach, hierfür ist es Fass. Jetzt macht das auch Sinn. Tschüss. Tschüss. Hopp. Hopp. Tschüss. Hopp. Hopp. Weg. Einfach weg. Ja, lass dich ruhig treffen. Ist egal. Solange wir uns hier nicht treffen lassen, ist alles gut. Und weg damit. Oh, Gott. Geh weg. Noch einer. Und wir gehen nach unten, offensichtlich. Und wir gehen wieder hier rü- Oh, ja. Natürlich. Und wir haben die Mitte überstanden. Im Moment ist es wieder ganz ertragbar. Oh, Gott. Ich hätte einfach drüber hüpfen können. Aber ich war wieder irritiert, weil ich Donkey Kong nicht hatte. Ist doch blöde, ist das doch. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hätte einfach drüber hüpfen können. Aber ich bin direkt irritiert, weil da so ein Fetter kommt. Und ich weiß, ich kriege den nur mit Donkey Kong weg. Und da ich Donkey Kong nicht hatte, ne, hat es in meinem Kopf einen Klick gemacht und fail. Dabei war es gar nicht nötig, so rum zu failen an der Stelle. Schwups. Schwups. Du gehst weg. Der Pfeil gefällt mir. Der Pfeil sagt mir, ich bin gleich am Ende, aber ich werde nochmal failen. Ich kann nicht auf den draufhüpfen? Mann. Warum nicht? Warum? So was blödes. Irgendwie ist das nicht meine Welt seit vier Welten oder so. Ne, wo haben wir angefangen zu failen? So richtig. In der zweiten haben wir so richtig, äh, in der dritten haben wir so richtig angefangen zu failen. In der, in der dritten, zweiten Welt von der dritten. Na, im zweiten Level von der dritten Welt. So, jetzt, äh, jetzt haben wir das in etwa, so wie wir das haben wollten. Wird was? Hm, geil. Hm. Super. Hätte ich da hochgemusst, oder was? Was zur Hölle? An der Stelle ist das Level noch lange nie zu Ende. Da fängt er das richtig an, so wie ich, so wie sich das, äh, aussieht. Ach, Gott. Also, ich will da trotzdem jetzt hoch, zu dem Kollegen. Das wird schon seine Gründe haben. Scheißdreck. Ach, jetzt reicht's. Ich, das ist eh gleich aus, die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.